ein kleines retroskop an dieser stelle vielen dank fürs nachrechnen kann es nochmal einblenden also minus 72 das ist ein verlustgeschäft wahnsinn ob man das je überhaupt mal in eine gewinnzone bringt ich glaube es nicht so die normalen gleise die brücke ja dann kann ich wiederum dass sie den weg nicht finden aber dem ist doch nicht so eigentlich müsste man jetzt echt parallel das ist ja schon wieder los ich habe doch extra das zweite gleich ach so das ist jetzt hier na gut das macht aber nix weil hier ist puffer da kann man erst mal warten das sind aber noch geradeaus durch jetzt muss ausnahmsweise mal hier der schien kann sind die brücke kriegen gut die tun die länge die ist in ordnung die ist auch in ordnung die länge ach so ich könnte wieder mal mir angewöhnen mit den Tasten zu spielen für den gleisbau bergwerk schließt das ist nicht von uns sägewerk auch nicht mal gucken was wir machen mit der mehrgleisigkeit werden vielleicht erst mal nur ein zug fahren lassen mal gucken wie das ankommt auch von den passagierzahlen her das ist jetzt eine blöde stelle hier wir bauen jetzt erst mal dorthin macht euch da mal keine sorgen wir haben das schon hinbekommen so jetzt geht es hier hoch hmm hmm ich muss hier echt ein stück schade dass es keine diagonalen tunnel gibt ich muss das echt so machen gut man hält natürlich auch die strecke hier diese huckel die müssen wir auch mal ausmerzen hier das hat das mal begradigen so das problem ist ich muss jetzt mindestens hier mit dem tunnel rauskommen obwohl ich habe da noch ein bisschen spiel nicht hier ein stück ach so das problem ist dann kriege ich die kurve nicht sauber das muss schon ach gut wenn ich das hier mal großzügig planiere könnte ich auch hier irgendwie rauskommen das sieht nicht schlecht aus das sieht überhaupt nicht schlecht aus das sollte 1a passen leute zack so schnell ist das hier gelöst das problem aber ich werde jetzt trotzdem erstmal kurz das hier mal gerade machen der kaiser hatte noch ein kindes budget gefunden für die begradigung der strecke ja so natürlich nicht ein strecken begradigungs budget ist das sozusagen oh das geht ganz schön ins geld ja schick den shinkansen zu bauen das war jetzt dumm jetzt rückt es natürlich das ganze achso bloß bis dort hinter ich dachte es hätte jetzt auf der gesamten länge hier irgendwas weggeruppt und damit mögliche unfälle provoziert das wurde hier ich habe gehört das ist hier geld das begradigungs geld das wurde so ein bisschen inoffiziell von der shinkansen strecke abgezweigt weil da irgendwie angeblich noch in euro 50 übrig geblieben war dass die haben das budget gar nicht alles gebraucht hier für den shinkansen bau für den streckenabständen da ist irgendwie noch was übrig ganz dubiose sache ich glaube da könnte eventuell wegen korruption ermittelt werden habe ich so von gerüchten gehört ob da was dran ist ich weiß nicht ob ihr da irgendwas gehört habt so und dann im prinzip das ja noch da gab es halt jetzt mal zufällig einen größeren erdrutsch der das hier möglich macht so gut die kobe muss halt hier so bleiben und dann ist ein halt bei es ist die frage fährt man hier hin wollte man extra schien kansen bahnhof das von dir schon wieder an hier drüber zu bauen leute ich glaube ich will dann da bestimmt auch wieder bald tunnel bauen müssen wir sperren das aber erstmal so hier ab würde ich sagen also wenn man bedenkt dass die strecke nach oben weiter gehen soll dann macht es wahrscheinlich sind den bahnhof hier ist eine brücke bringt mir aber nichts weil hier dran knallt das bringt mir auch nichts wenn man dann hier irgendwie umfahren muss ich glaube das ist noch von unserer von unserer strecke ich kann den bahnhof auch hier oben hin bauen da muss ich aber zumindest noch einmal gut muss ich ja eh wegen dem aber hier unten dass wir hier unten eigentlich fast schon besser weil da kann man einfach und dann hier hinten muss man erst diesen bogen machen und nimmt den dann sonst wieder ich müsste man diesen ganzen straßen zuge abreißen 1 2 3 4 5 6 tunnel bringen wir da nichts kann ich die brücke dort abreißen ja komm da muss man dieses ganze viertel hier dran glauben finde mich trotzdem noch sehr gut ja weil die halt in freundiger Erwartung einer Schinkansen-Station sind da darf man immer ein bisschen mehr abreißen in der Stadt und aufgrund des unendlich unendlichen Danks dass die nicht gemeckert haben beim Abriss von den ganzen Häusern kriegen die auch kriegen auch die einen gescheiten Bauern kriegen gleich mal so in hier ne verkehrt rum achso hatten wir auch schon lange nicht mehr gebaut diesen Bahnhof obwohl hatte ich nicht irgendwie was gesagt dass das nur naja ist jetzt auch egal irgendwas war doch da mit Städten Einwohnerzahl abhängig und das schöne ist die können da nicht drüber bauen weil die ja keine Bahnübergänge über die Schinkansen Strecke bauen können aber ich werde das trotzdem mal hier untertunneln damit die dann halt hier noch hinbauen können achso hier ist noch so gebaut zack das fliegt jetzt raus gut dann muss ich ja noch drauf achten und mal einen Hirrtunnel bauen dass das dann sich nicht in die Quere kommt da ist jetzt so ein böder Fluss im Weg jetzt muss ich erstmal an der Fabrik da vorbeikommen das geht am besten mit Terraforming ja ja allí die die und das